hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble wir sind heute wieder bei die jagd nach dem ticket bei bluestacks wir starten das spiel das haben wir schon gestern gespielt heute ist es wieder dabei und ja dann schauen wir mal hier ist auch ein haus anbauen am ausbauen weil ich brauche zehn plätze mehr ich habe 46 und 54 plätze habe ich also zwei plätze fehlt damit ich endlich meine mission einsammeln kann ich wette ich noch nicht post was habe ich denn da drinnen ach ja es war nur die ding ins boom ins das andere spiel von the walking wert finde ich bisschen besser also macht mich mehr spaß ist wahrscheinlich geschmackssache jetzt aber geht doch wir sind jetzt schon in abschnitt 3 normal ist bisschen wichtig wenn hier alles liest wir haben auch schon vier leute hier aber Jo, das war die erste Welle, erste Welle geschafft und zur zweiten geht sofort, ah, klicke mal hier einfach alles mal durch, gibt es schneller, hat auch geklappt umgeschlagen, alle umgekippt, das ist gut dann sind die beiden wenigstens kaputt, ah, müsste war nicht genau dahinter Wir waren gleich wie bei Glenn, obwohl sie die grüne Faust hatte, ich weiß nicht, wie Ich weiß nicht genau, was das heißt. Sieg! Ah, Häuser voll. Ich muss wieder zurück. Meine Häuser, das kann ich ja gar nicht mehr ausbauen. Das kann ich auch nicht upgraden, da brauche ich mehr Holz. Hm, hm, hm. Was sind Angebote? Hm. 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 Ach so, ja genau. Ich habe hier auch noch Liga gespielt. Die Liga war bei Versus. Und dann eine Raids. Drückst du auf Raids. Finde einen Gegner. Ein Kampf. Und, ja. Ich habe zwei Kämpfe erst gewonnen. Na gut, das habe ich jetzt verloren. Die war noch zu fünft. Ich war noch zu viert. Das ist unfair. So. Post habe ich. Geht erst auf Level 12. Auch gut. Leuchtet immer noch Post. Ich wollte das hier weiter upgraden, damit ich mehr Holz kriege. Und der andere Holzdepot da oben. Den auch nochmal gleich upgraden. So, dann gehen wir ein bisschen weiter auf der Jagd. Dann habe ich halt zu wenig Platz für die Menschen. Egal. So. Da gibt es auch einen Automatikknopf. So geht es ja sogar noch schneller. So. So. Hmm. Oh. Das ging ja mal. Ratzi fatzi. Ah. Ich will darüber reden, dass wir ihr sofort den Jail einschlagen sollten. bevor sie sich verwandeln und uns als ihr nächstes Abendessen bereiten. Abschlag? Abschlag? Die Worm wahrscheinlich gewissen. Ich habe ja mir das alles nicht durchgelesen. Oder versuchen sie zu retten. Oh. Komm, wir versuchen zu retten. Wir können sie ja nicht behandeln. Wir müssen ja Doc Stevens bringen. Okay. Okay. Ja. Der meckert hier wieder. 19.000 war das, ne? Jawohl. Wie kann man denn die Ressourcen für die Menschen eigentlich verbrauchen? Ich weiß es nicht. Oh. Ich bin fertig. Einfordern. Einfordern. Okay. Komm, wir können auch einmal schnell durch das Team hier durch. Die Menschen angreifen, die Streude angreifen. Ach. Die Streude an. Taktisch wäre eigentlich erst die Menschen anzugreifen besser. Aber. Egal. Los, komm, schneller, zack, 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 zack. Noch zwei Wellen. Die Zache luchte weine. Das war's. Und, jessa. Oh, drei Menschen bekommen. Komm, wir machen das ganze Level jetzt noch schnell fertig. Okay. 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 right now. mir gefällt das Spiel gut. Allerdings das andere finde ich besser, es sind nur vier Sterne. Möglichst dieses Spiel den Aufbau von Städten? Ja. Oh. Oh. So wieder da und einfordern, Nahrung, neuen Charakter einfordern, ach haben wir den noch gar nicht, so und schnell durchziehen, zack, zack, Angriff, Turbo, Halt, 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 2, yeah, doppelte Geschwindigkeit, oder auf gut drücken, jup, machen wir so, zack, 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 wir haben doch keine Zeit. Und, jawoll, ja, fertig. Wo ist der Endboss? Okay, abholen, können wir nicht abholen, geh mal zurück in der Stadt. Ein Geschenk, jawoll, dankeschön. So, zurück in der Stadt, ach, ist auch voll. Was machen wir jetzt hier noch? Ich brauche Holz. So, machen wir das weiter aus, dann habe ich ein bisschen mehr Platz für Nahrung, Baulebensmittel, ne? Ja, Nahrungslager. Ja, okay, dann war es das für heute, Spiel zurück, Spiel zurück, so, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte Spaß, ich löse mein Ticket jetzt ein und dann, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen, tschüss, tschau, tschau. Und, wenn du, 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 wenn du,